Adeline Norberg, 21, widmet ihrem Stiefbruder süße Worte zur Geburt. Im Februar 2023 verkündeten Michael Wendler, 51, und Laura Müller, 22, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. In den darauf folgenden Monaten konnten die Fans den Babybauch der Let's Dance-Kandidatin auf der Erotik-Plattform OnlyFans bestaunen. Jetzt hat der kleine Rom-Aston das Licht der Welt erblickt. Und Michis Tochter Adeline scheint schon total verliebt in ihren Halbbruder zu sein. Von jetzt an bis ans Ende unserer Tage werde ich immer hier sein, um euch zu helfen, zu führen und zu beschützen. Verspricht die 21-Jährige unter einem Instagram-Beitrag von Laura. Außerdem stellt die Tochter des Schlagerstars klar. Denk dran, ich werde immer für dich da sein. Auch wenn wir meilenweit voneinander entfernt sind, ich liebe dich von ganzem Herzen. Auf Instagram verkündete Laura die frohen Neuigkeiten vor wenigen Stunden. Der schönste Tag meines Lebens war noch so viel schöner, als ich ihn mir vorgestellt habe. Unser Sohn Rom-Aston ist gesund zur Welt gekommen und macht uns zu den glücklichsten Eltern auf der ganzen Welt, schrieb die 22-Jährige unter ein gemeinsames Foto mit Michael. A1 A4 A3 A5 A5 A8 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 A9 A9